Egal ob blutiger Anfänger oder erfahrener Champion, früher oder später stellt sich jeder die eine Frage. Was ist das beste Yu-Gi-Oh! Deck überhaupt? Seit Anbeginn der Zeit hat man sich diese Frage gestellt. Bis heute. Herzlich Willkommen zur Yu-Gi-Oh! Welt-Weltmeisterschaft! In einem spannenden Wettkampf, in der alle Gewinner der vorherigen Weltmeisterschaften gegeneinander antreten. Aufgenommen 2020 wegen Corona. Um so das eine beste Deck zu finden. Nur hier auf diesem Kanal, die Yu-Gi-Oh! Welt-Weltmeisterschaft. Jede Woche eine neue Folge. Möge das Herz der Karten mit euch sein.